willkommen zurück und wir schauen mal in unser in unsere auftragsdatei kriegen die ich mit dem dna-tracker markiert werden mit allen entsprechenden informationen ins mystarium aufgenommen ok finde unmarkierte akriden und schieße auf sie ja super das können wir ja mal probieren seffia proben die haben wir glaube ich erfüllt oder genau kehre zurück leere die station gut wir werden diese aufgabe mal verfolgen und dann schauen wir mal wie es weitergeht der gel wollte ja auch noch was von uns aber wie gesagt eins nach dem anderen da waren wir ok da hinten schlagen schon blitze ein bischofs wake wird betreten dann machen wir das doch mal acht auf munitionsspinde ja ich gehe lieber an mein mensch wenn er denn dann da ist ja gut die spieler sollten versuchen akriegen hatten aufs maul zu werfen machen wir ja so da kommt was geholfen die schon wieder das sind auch ein paar mehr ich bin schon kaputt angeschlagen Komm schon, komm schon. Zwei. Boah. Ne, nicht diese Waffe. Diese Waffe mag ich nicht. Ich gehe hier mal in Deckung. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Komm schon, steh wieder auf. Ich brauche... Oh, nein. Shit, 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 shit. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, rein da. Hier fühle ich mich dann doch ein bisschen sicherer. Von wo kommt jetzt was? Hoffentlich nicht von hinten. Von hinten. So. Einen haben wir. Oh, schon wieder rot. Immer schön auf die Minikarte gucken. Bin ich schon wieder raus. So. Sind es bloß noch diese? Das wäre okay. Okay. Der ist down. Oh, nein, 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 nein. Ich muss aufpassen. Ich muss echt aufpassen. Komm. Vorwärtsrolle. Im Schutze, im Schutze, im Schutze. Nein. Hoch. Und erst mal Deckung einnehmen. So, und es sind noch... Du lagst gut. Du lagst gut. Und es ist nur noch einer. Völlig. Es ist wirklich nur noch einer. Da kommt er. Und den schnappen wir uns jetzt. Freund Lase. Mit mir nicht. Da, nimm hinten. So. Und schnappen wir mal frische Luft. Sammeln hier alles auf. Es verschwindet alles schon wieder. Ich glaub's nicht. So. Füllen unsere Munition... Füllen unsere Munition... Oh, meine Güte. So. Und jetzt geht's weiter, oder wie? Dann schauen wir mal. Ach, man hätte, glaub ich, jetzt auf diese Dinger auch... Ich glaube, dieses... Dieses Ding da... Anwenden können. Damit das da irgendwie... Ja. Wir haben den Container verloren. Hat bei Shackleton's Peak... Ein Fels erwischt... Und ist abgestürzt. La Roche sucht einen Weg rüber. Aber ich denke, der ist weg. Zum Glück waren das nur Medikamente... Und keine Lieferung der Klasse A. Hoffen wir nur, dass jetzt keine Krankheiten ausbrechen. Zurück nach Hause. Out. Hm. Bailey's Crossing wird betreten. Woher. So. Let's talk. Oh man Tja, ich weiß ja nicht, was das gerade heißen sollte Ach so, dass er angegriffen wird Aber es sah doch recht gemütlich aus, oder? So, bleiben die So, ist das jetzt bloß einer hier noch? Ich muss mal kurz gucken Ja, es ist nur noch einer So, ich bin am überlegen, ob ich mit denen vielleicht mal schnappe Ne, ich will nicht in den Mech einschneiden Da hinten ist der So, mit R War das irgendwie Nun mach mal nicht so dolle hier Oder wo willst du hin? Ach da Komm mal ran, genau Ach, der hält nicht so Ach, es sammelt Okay, es sammelt Gespeicherte Daten Das heißt, ich kann da auch länger drauf halten Wir haben's gleich Wir haben's gleich Wir haben's gleich Komm durchhalten Wir haben's gleich Noch einmal Ich hoffe nur, ich sterb nicht Komm Okay So Und jetzt mein Freund Bist du fällig Tut mir leid Tut mir leid Ach nee So, gehen wir weiter Und so wie's ausschaut Sind wir dann wieder auf dem Weg zur Basis Und ich hoffe, dass wir dem Gail noch dieses Teil besorgen können Korones wird betreten Nicht den Schneeessen Ja, auf jeden Fall Vor allem den gelber Schnee Aber ich glaube, das hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwie so Treibstoffdepot wird betreten Mmh-hmm, mmh-hmm So Mal schauen Ach, das ist die Sache jetzt mit den Containern, ja Warum habe ich das dumme Gefühl Dass hier eine Mieze Katze rumläuft Weil ich sie da laufen sehe Genau da Oh Mann Ja Und Ich glaube, es sind zwei Komm hoch hier Greif mich doch an Oh, da habe ich ja gar keine Lust drauf Wir müssen da runter Mmh Super Ja Ja, dann wollen wir mal Was soll's Lust habe ich nicht, wenn ich die beiden schon sehe Mal gucken Dran vorbeischleichen Ist nicht Siehst du ja So Ja, dann springt doch aber da nicht hin Was, ein Dritter? Das ist unfair Oh, ich war das wohl ein bisschen zu einfach, oder was? Oh, verdammt Ich muss da hoch, ich muss da hoch Am besten ist, ich gehe erstmal zu meinem Mech und lade nach Wenn ich das überhaupt kann Aber ich will Nachladen Müssen Tun sollen So Zwei haben wir erledigt Zwei sind noch Und ich hoffe mal aus den Zweien Werden nicht nochmal zwei Ah Er kommt schon Ach, der war tot Ich glaube, der war schon tot So So Gut gemacht Outrunner Gut gemacht Leere die Station Tja Leere die Leere die Station Er macht mich schon fertig Mit seinem ganzen Wegmarker Hier Was soll das? Das ist hier auf jeden Fall keine Station Und wenn es von Dias die ist Dann müsste ich glaube ich da lang Da gehe ich jetzt einfach mal hin Ich glaube nämlich ja Gut Hier waren wir ja zum Anfang Splittergranate Eine mitgenommen Wunderbar Genau Das war nämlich auch unsere Mission Und wir können das ja immer wieder mal machen Wurde uns ja auch geraten Um Geld zu verdienen Dias Kavern Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch Jawohl Wir müssen Da lang Okay Oh 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 So Gesellschaft Wie ich das liebe Ich versuche das aber hier mal ein bisschen Schneller Aber ich glaube mit schneller geht das hier gar nicht so Oh hier ist was Hier ist irgendwo so ein Ding Ich habe es noch nicht gesehen Wo ist das? Ach da Okay So Von hier oben kommen immer noch welche Sehe ich gerade Kann man das aufnehmen immer noch? Nö Das verglüht jetzt und verschwindet Gut Gut Was sind das für Geräusche Oh man Ja wunderbar Wir sterben an den Eiern Wir sterben an den Eiern Wir müssen da durch Gut Gut einmal schnell durchgegangen Und da ist die Station auch gleich wieder Die wir hier Die wir ja leeren sollen So Wüten wir hier einmal durch Wow 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 Dich habe ich nicht gesehen Meine Güte Okay Diese Eier Was Was Wie Was ist das für eine Musik? So Angriff Angriff nach vorne Ich sehe hier irgendwie nichts Aber ich höre die Viecher Das Ding war schon richtig gut zugewachsen Wenn ich das richtig interpretiere Oh Kann ich die jetzt nicht mehr nutzen oder was? Oder ist hier bloß Eis drauf? Nö Shit Gut Station ist geleert Wir haben 2500 dazu verdient Lohnt sich der Aufwand? Ich weiß es im Moment noch nicht Schauen wir mal Aber wir machen hier erstmal eine kleine Pause Da unten ist einer Sehe ich gerade Okay Ja wir machen trotzdem hier eine kleine Pause 20 Minuten sind schon wieder rum Viel zu lange wie ich finde Und ja Vielen Dank fürs Zuschauen Und ich hoffe ich sehe dich In der nächsten Folge wieder Bis dann Mach's gut Tschüss 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 Tschüss